wo ist denn die nächste mission fette mandarinen leckt mich am marsch so wo geht es ab zur nächsten missionen ich will noch mehr keilerei oh nein der kleine will was von mir hey sehn du kommst genau richtig mein freund killjua der auch aus meiner jump welt stammt ist hier der direktor hat mich gerade informiert hilfst du mir ihn zu suchen wirklich ich danke dir dann suchen wir jetzt nach killjua er ist wirklich cool ihr beiden werdet bestimmt gute freunde denke ich nicht wohl killjua ist eigentlich ganz cool besser als korn Oh nein! Wie kann man das in diesem Spiel nur erwarten? Nein! Oh nein! Mungo-Kind! Ja man! In die Fresse! Zack! Bam, 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 bam! Zoom! Mit der Macht der Sonnenbrille! Im Dunkeln! In der Nacht! Kurzer Prozess! In der Nacht! In der Nacht! Was heißt das? Oh, so viel Schwätzerei. Mann. Heee, kakko ii jaun. Nde, Hissoka no yutu yu na i no ko? Ah, so iueba... Kito, somo uchi dete kru nj ja nai ka na. Da to ii kedo na. Saqki mo hanaしたけど, omae no Leprika to išho ni iut, Hissoka. Aizu ga honomono datta no ka do ka, hakkiri si na uchiha, yudan deki nai ze. Uun, so da ne. So viel Geschwätz um nix. So, was wollen denn die jetzt von uns? Besiege die Venomse in Neuseeland. Au. Au. Oh, wenn ihr Grippe habt und Husten habt und euch den Rücken davon schon weh tut und ihr bei jedem Huste immer Rückenschmerzen habt, das ist echt behindert. Das Mut muss ich an dir auslassen, ich mach dir auch gleich Rückenschmerzen. Nein! Dann mach ich dir immer Rückenschmerzen. Und tschüss! Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Schlitz, schlitz, pack. Nein, ich war zuerst dran! Mann! Schön. Zack. Und gleich zack, 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 zack. Zack. Und gleich zack, 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 zack. Zack. Oh. In die Fresse. Huh. Mondstein, flieg und sieg. So. Ähm. Wo geht's denn jetzt hin? Ab ins Matterhorn. So. Dann nehmen wir Ruffy und Zorro mit. Machen wir ein bisschen Schlitz, Schlitz, Hacke, Hacke, Gumm, Gumm, Attacke. Dann nehmen wir ihn. Ich würde ihn bei der Musik schaden. Das war das. Und macht uns dafür. Macht, auch schon? Dann nehmen wir ihn. Dann nehmen wir ihn. Dann nehmen wir ihn. Oh nein! Nein! BAM! 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 Zeig es ihr! Ich glaube nichts. Zorro beste Mann. So und jetzt geht es nach Zusammenführung zweier Könige. Ichigo, die nächste Mission betrifft dich. Achso, wie das? Wenn er genauso aussieht wie du, treibt in Paris sein Unwesen. Eine weitere Kopie? Ohne Zweifel, aber das ist nicht das Problem. Viel wichtiger erscheint mir der Mann, der deine Kopie begleitet. Er ist vermutlich ein Shinigami, genau wie du. Ein Mitglied der Soul Society also? Genau, das musst du schnell herausfinden. Und Zane wird dich begleiten. Okay. Dann brechen wir umgehend auf. Jo. Ich muss schon sagen, es fühlt sich seltsam an, nach sich selbst Ausschau zu halten. Oh, Renji, hi. Renji, was machst du denn hier? Oh nein, sag mir nicht, dass du etwas mit den Kopien zu tun hast. Mit Reden kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Ach, nö. Aber keine Sorge, Renji, ich werde dich retten. Na dann, wenn du das sagst. Aua. Verkennen. verbale Sims. Verkennen. Verkennen soll dich in das Feuer 가�ommen. Zeug Melodie. Verkennen. Beweinen. Verkennen. 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 Das war's für heute. Oh nein! Welche bin ich? Oh, das war doch ich. Cool. Nein! Oh Mann. Diese komischen Abwehrattacken, die sind gar nicht meins. Immer voll drauf. Oh nein, ich hab keine Ami-Celly mehr. Ja, liebe Abiceli, die beste Schokolade. Alter! Geh mir nicht auf den Latz. Wow! Hundesohn! Wow! Es ist mal Zeit, der Entscheid ist schwer zu zerbrechen. Woh, wie auch immer das passiert ist. Oh! 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 Boom! um wo wo So, das sind alle Max-Level. Sein, tu es. Umbra-Skobos wird geborgen. Geht's dir gut, Renji? Ichiko? Ja, ich bin in Ordnung. Aber sei auf der Hut. Es gibt jemanden, der genau wie du aussieht und... Ja, ich weiß schon. Wir haben ihn gerade besiegt. Aber da du kontrolliert wurdest, weißt du es bestimmt nicht mehr. Was? Entschuldige bitte, Ichiko. Ist schon gut. Ich bin nur froh, dass du wieder du selbst bist. Oh, Ichiko. Es gibt da etwas, was ich dir sagen muss. Worum geht es? Suzuki Eisen ist aus der Soul Society verschwunden. Ach ja? Wir haben das zwar noch nicht öffentlich gemacht, aber... Die Soul Society lässt jeden verfügbaren Mann nach ihm suchen. Und jetzt bittest du mich zurück zu kommen. Ja, das tue ich. Entschuldige, aber das geht nicht. Ich bleibe noch ein wenig hier in dieser Welt. Wir können die Venoms nur an der Seite der Charm Force besiegen. Komm schon, Ichiko. Was ist für dich wichtiger, diese Welt oder die Soul Society? Ich muss mich nicht entscheiden. Ich werde beides beschützen, so gut ich kann. Und deshalb bleibe ich hier. Wenn du dich einmal entschieden hast, kann dich keiner mehr umstimmen, wie? Nein. Und außerdem wartet Eisen irgendwo hier in dieser Welt. Okay, ich verstehe. In diesem Fall bleibe ich auch hier und kämpfe. Wenn Eisen tatsächlich hier ist, wird die Soul Society es verstehen. Bist du dir sicher, Renji? Nicht, dass du in Schwierigkeiten kommst. Renji Abrei, Vizekommandant der 6. Kompanie der Gotai 13, steht zu eurer Verfügung. Yeah! Ich weiß nicht, dass du in Schwierigkeiten hast. Ja, ich habe es so viele Sachen geholfen. wakon namen janeu hat sie mit jena wakon auf der märz war mir noch mal Na dann, klatschmehl ihn mal rum. Au. Ich hasse den. Ich mach bestimmt wieder sein Abwehrscheißer. Was hast du da? Ich hab nicht. zack 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 und weg war ja man lächelt sich nicht mit seiner merkt ihr das oh 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 Oh, das gibt der auch noch. Oh, der auch noch. Bye, bye. Na wie, bin ich jetzt weg oder was? Hm, scheinbar. Ja, aber Hauptsache, die Brille ist noch heil. Ich glaube, die Mali wäre echt wieder weg, die ist behindert. Oh ja, oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh Gott, Jumphorst, der Film wäre halt schon geil. Oh ja. Oh ja. Und zack. Zack. Aber jetzt klappt's. Das war's. Mit Jellies sind wirklich leer. Wie ein trauriger Sein. Oh ja. 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 Sog, mach. Ich hab den doch schon umgehauen. Also die Meteor-Kombination ist mega die heftige Attacke. Klappt halt was denn nun? Raunches, Frieza! Nein! Sag ja, die Attacke klappt fast immer. Klappt halt was denn? Klappt halt was denn? Klappt halt was denn? Easy peasy lemon squeezy! Aus meinem Arsch! Doch ist es Frieza! Mann halt die Fresse! Ich möchte Salon Super wiedersehen! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Aber heute ist das hier. Frieza! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich würde mich gewinnen. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. die sie die 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 was auch sonst was auch sonst was auch sonst das ist doch ist es nicht so gerade die Stärke von dem Spiel gut der nicht unbedingt zu erwarten Prozent Auer Mäder Jürgen Jürgen Das war's für mich. Kapitel 4 Hinterlistige Pläne Kapitel 4 Hinterlistige Pläne Kapitel 5 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 Hinterlistige Pläne coll 채 so machen wir das nicht anders Also kannst du mich tatsächlich sehen? Ja, sie hat mir eine WhatsApp-nummer gegeben. Oh nein, jetzt sind wir meine Wäsche. Kein Problem.